Ja, hier haben wir 48 Zentimeter Koyo und wie wir oft sagen, also er wirkt jetzt roter als in Wirklichkeit ist, das ist ein Video geschuldet. Und wie wir oft sagen, das Orange, das schließt sich mit der Zeit und wenn man ihn anschaut, wie er noch ausgesehen hat, letztes Jahr im Herbst, da war das noch richtig zerrissen und jetzt schließt sich die ganze Nummer langsam auch am Kopf, am Maul vorne sieht man, kommt rot hinzu. Auch das war noch nicht Wachstumspotenzial hervorragend, war in der Glashausaufzucht, hat wie gesagt jetzt hier in Quarantäne 6 Zentimeter gemacht und 80 Zentimeter sind bei ihm ohne Probleme möglich. Schöne, ausgewogene Körperform, großer Kopf, langer Körper, alles Feine.